Eva Benetatou stellt klar, Ex darf George immer sehen. Evanzia Benetatou, 30, spricht Klartext. Chris Breu, 33, hatte sich im Mai 2021 während der Schwangerschaft der reelle DTV-Bekanntheit von ihr getrennt. Für den gemeinsamen Sohn George Angelos hat die Influencerin das alleinige Sorgerecht. Das scheint den ehemaligen Kampf der Realitistas-Teilnehmer aber ziemlich zu stören. Er beschwerte sich erst vor wenigen Tagen in dem Format Serial-Live-No-Filter mal wieder darüber, dass er den Kleinen nicht mehr zu sich nach Hause nehmen darf. Doch jetzt stellte Eva klar, Chris darf seinen Nachwuchs immer sehen. Auf Instagram ließ die 30-Jährigen nun im Rahmen einer Fragerunde durchblicken, dass sie die Aussagen des Bloggers in der Sendung ziemlich überrascht haben. Fakt ist, dass Chris seinen Sohn jederzeit sehen kann und ich da absolut keine Steine in den Weg lege, meinte Eva. Um ihr Kind zu schützen, wolle sie dieses Thema aber zukünftig aus der Öffentlichkeit raushalten. Obwohl die Trennung der beiden Ex-Verlobten mittlerweile schon eine ganze Weile her ist, scheint ihr Verhältnis immer noch ganz schön angespannt zu sein. Im Oktober hatte Chris zuletzt klargemacht, dass er mit Eva nicht befreundet sei, im Gegenteil, wenn George nicht da wäre, hätten wir überhaupt keinen Kontakt. Anführungszeichen